Die Idee ist so erfolgreich geworden. Seit 10 Jahren bin ich im Immobiliengeschäft. Es gibt Dinge, die müssen dich an die Öffentlichkeit bringen. Ich hätte da was für dich. Beziehungsweise ein Angebot. Worum handelt es sich? Um's Geld, Markus. Nimm mich mit an Bord und ich mach aus dem reichsten Mensch des Universums. Arjun, wir haben ein Problem. Tom, der Präsident von Mobatrade, ist vor kurzem gestorben. Wieso hast du das getan? Den Plan, den wir hatten, hätte er zu Nichte machen können. Ich vermute, es war Markus. Wieso? Weil wir Brüder sind Arjun. Doch Brüder fallen sich nicht in den Rücken. Warum hast du was getan? Dein Bruder wurde mir zu gefährlich. Und hiermit habe ich ihn in die Hölle geschickt. Das ist Teil von der Polizeispitzung. Arjun, hier. Der Mörder, Ihre Frau, ist noch am Leben. Willst du zuerst die gute oder die schlechte Nachricht anhören? Die schlechte. Wir müssen Arjun erledigen. Bist du nervös? Wie du siehst, das ist Arjun. Er fing mit einer kleinen Gang an und machte sie ganz groß. Er wurde Anführer dieser Gang. Sein Partner Markus, den gefiel das gar nicht. Was erzählst du doch für einen Schwachsinn? Hey, kannst du auch meinen Freund. Wo ist mein Spielzeug? Dann werden wir mit den geladenen Waffen auf ihn warten. So sieht's er uns. Verfluchter Bastard! Bring ihn um! Komm raus! Komm raus! Toast du mein Gefallen? Untertitelung des ZDF, 2020